Mein Name ist Bernd Helge-Lehroch. Ich bin Geschäftsführer der Robotmakers GmbH aus Kaiserslautern. Also wenn man das Innovationsthema beim Vineyard Pilot Assistant auf einen einfachen Nenner bringen möchte, es ist im Grunde der Meilenstein in der Bodenbearbeitung überhaupt, weil sie im Grunde jetzt die Möglichkeit haben, genauso schnell Unkrautvernichtung mechanisch zu machen, wie sie das früher chemisch konnten. Früher hat man oft argumentiert, naja, wenn ich jetzt Bodenbearbeitung mache, da kann ich nur relativ langsam durch die Zeilen fahren, damit ich mir meine Stöcke nicht kaputt mache, dass das Arbeitsergebnis passt. Also ist man eben auf die chemische Lösung gegangen. Das ist was, was heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Wir wollen alle, dass der Weinbau ökologischer wird. Wir wollen alle gesunde Früchte und gesunden Wein trinken. Und das ist im Grunde der Meilenstein, weil wir können im Grunde sogar schneller fahren, als sie das mit einer Unkrautvernichtungsspritze tun könnten. Mein Name ist Stefan Braun, inhabender Geschäftsführer der Bau- und Maschinenbau GmbH in Landau. Die Innovation ist hier das Miniard Pilot Assistance System und RCP System Pro Group Pilot System. Das bedeutet, dass wir sowohl autonom die Arbeitsgeräte zum Struck, zum Rebstruck positionieren können, als auch mit dem RCP die Spurführung des Traktors, das heißt also ein teilautonomes Fahren ermöglichen. Diese Kooperation mit Robot Makers war sehr fruchtbar. Das heißt, wir konnten hier den klassischen Maschinenbau mit modernen IT verköpfen. bei unserem Bahn kommender scenes, aber nicht so caught. Das plant Champagne veraccink drugs aid. Das heißt, wir können hier allein in Bezug auf den Struck einzeln. Dieseey gusto schauen zu sein und werden nicht so schön gut. Wir können hier in Ha체적nis Austria die eigene summarize Kropag Gul. Wir können hier losersstaw�ante sein und darüber lahm nya detox. Wir können hier nicht deutlich koste sein und zu bewachsen. Vielen Dank.